Sooo, nach der kleinen Höschenjagd geht es auch hier direkt weiter und wir haben ein kleines Problem, wir müssen an der Sperrstunde vorbei. Ja, ich geh ja schon. Ja, das ist nämlich das Problem gerade gewesen. Wir hatten nicht die Sperrstunde gehabt, weil wir ja für den lieben Sportlehrer die Wäsche einsammeln mussten. Sagen wir das mal so. Der traute sich nicht die Wäsche einzusammeln, deswegen haben wir das übergenommen und ein bisschen Geld dafür verdient. Ja, oh. Ach so, okay. Gut zu wissen. Oh, und da hängt ein die Unterwäsche, wie wir sehen können. Klingeling, klingeling, kommt der Eiermann. Weihnachten steht vor der Tür. Oh. Geil. Boxernschuhe und das Höschen hängt da. Geil. Und ein Geschenk ist bei uns, beziehungsweise für uns im Direktorbüro. Ach, halt's. Maul. Auf jeden Fall Geschenk im Büro des Direktors. Kann ja nichts Besonderes sein, weil Weihnachten vor der Tür steht, da kann's ja nichts Besonderes sein. Socken, Mütze oder ein Pulli. Ich glaube, eher weniger das, was Besonderes ist. Hallo, Miss. Oh, da bist du, Jimmy. Ich mache das schnell. Deine Mutter hat dir ein Weihnachtsmus-Presente. Just great. Ich weiß. Du bist sehr glücklich. Deine Mutter ist so nett. Du kannst jetzt gehen. Ach, nö. Komm schon, ey. Hö, geil. Egal, ich lauf damit rum. So geil. Komm, voll die rote Nase da vorne dran. Ich hätt mich auch ausgelacht dafür, aber ist doch egal. Ich werde bestimmt noch verprügelt für. Was willst du denn? Ne, Unterricht. Unterricht, mein Junge. Wo haben wir den denn? Heute nicht? Okay. Danke. Ich glaube. Selbst die Nerds lachen über mich. Tschüss. Botengang 10 Dollar. Aber kein Unterricht heute? Auch gut. Wenn das so ist, dann ab mal draußen und ich ziehe mich direkt wieder um hier. Ich kann den Ortsteuer hier nicht anladen. Das geht ja gar nicht. Guck. Die lachen doch alle über mich. Jetzt will ich mal eben fix aus hier. Haben doch einen Kleiderschränk und nebenbei können wir doch hier auffällen. Oh, guck mal, da ist noch der Pokal. Und wenn es mir gerade auffällt, hier müsste doch bestimmt noch die Venuspflanze sein, oder? Kürbis? Ne, doch, da hängt sie. Ein Teil von der Venuspflanze. Also für jeden Fortschritt, den wir sozusagen machen, oder was erhalten können, kriegen wir was. Braune Jacke. Also hier bestimmt genau, Anfang Totenkopf, Ach, Hemd. Pinkes Kier. Ach du, ahnst das nicht. Oh ja, den können wir doch mal annehmen. Komm, wir nehmen den. Skelettshirt. Rote Ninja Jacke. Bandshirt. Aqua Pulli. Ne, wir nehmen den Pulli. Er ist okay. Als hätte er den nicht angezogen. Ne, gehen wir mal so. So, der Pulli da. Äh, annehmen. Und fertig. So. Oh, da hinten, ich glaube, noch ein Gummiband. Aber ich glaube nicht, dass wir alle finden werden, oder überhaupt irgendwie ansatzweise genug finden werden dafür. Ähm, ist doch eigentlich relativ egal, denn ich bin ja nicht dafür da, die ganzen Sachen hier zu sammeln. Alter, den kleinen Jungen hat verprügelt hier. Oh, jetzt gibt's Ärger. Lauf, Fouls Lauf. Weil es wäre auf jeden Fall ein bisschen viel, das zu sammeln. Die Zwerge kann ich versuchen unterwegs zu sammeln, wenn wir welche finden. Und, ähm, das mit den Kübeln war ja auch nur Zufall, weil ja alle gemeinsam unten in diesem Raum waren und ich einfach mal dagegen geschossen habe und geguckt, oh, kriegst du bestimmt was draus. Deswegen war das ja auch nur reines Glück damit. Deswegen gab's ja auch den Kübiskopf. Boah. Da bist du, glaube ich, auch zu Fuß schneller. Sorry, man. Und in die neue Gegend. Was haben wir denn hier? Ein Gummiband und ein Appel. Markt. Bushaltestelle. Chinesenmarkt. Police. Auf jeden Fall eine krasse Gegend hier. Okay. Ach, komm. Ich dachte, wir können Freunde sein. Ich liebe das, Mr. Grant. Was haben wir denn hier? Schneebälle. Schneebaherschlacht. Oh, geil, der Penner. Hey, 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 kid. Hast du ein Land? Nein. Okay, dann, willst du mich auf meinem Knochen? Du willst einen Balls in den Knochen? Ich bin sorry, kid. Was ist denn der Landstreicher? Ich habe nur ein bisschen Angst auf meinem Glück. Ich meine, ein Jahr ich lebe in Greenland mit einem Passi von Elfen und ein besonderes Reindeers. Und das nächste werde ich als ein drunkener Föhr aus dem Nordpol und in einem Dumpf in einem Sturm wie das. Okay, Mann. Jetzt bist du mir ein bisschen verrückt. W-w-w-why does everyone say that to me? Whoa. I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me. Calling me a pervert throwing snowballs at me. You're just like them, little red-haired bully. Hold on. Which kids? Those ones over there. the tough kids, damn it. Not the rich kids fancy schools like you. The marley coddled little movies boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens to the old days. I miss Prancer. Oh, what? He was always my favorite. Not Rudolph. No. He was supremac then. Oh. I'm falling upon here. Hey, listen man. Where are these kids? Oh, they're somewhere. where are you? and kümmer mich um die. I have a good flitze. Ballert that's ordentlich. Oh, geil. Da, Schneeball laufen. Und nun? Those punks stooped my change cup and ran away. Time for some payback. Yeah! Nice one. That'll learn them. Not bad. But I want to see some tears. I want to keep it up. Quick. You got him! Woohoo! Eat it, you little bastard! Nimbus. You got him! Weihnachtsmann, der geht ja voll ab hier. Ah, kommt noch einer. Ah, der dreht hier seine Kreisen. Oh, yeah. Hey! Whoa, hey, easy! Thanks, man. You're alright. whoa, 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 good luck with those reindeer, you maniac. Ach, zu geil. Hopkins is dominating. Reindeer freigeschaltet, so, oh, jetzt haben wir noch das da? Ah, haben wir das auch direkt. Weiß nicht wieder, ob es jetzt Unterricht gibt. Hey, kiddo, why you lady is cheating me nein. Nö, 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 nö. Ja, mach mir alles kaputt hier. So, haben wir jetzt Unterricht oder nicht? Wäre natürlich tödlich, weil, so schnell kommen wir gar nicht dahin. Wenn ich mal mit dem Schulbus, obwohl wir hinten am Schulbus warten sollen. Und Unterricht? Nein. Heute? Nein. Sollte ich doch vorher Du musst ja auch schon mal suchen deinen Hund. Da hab ich keine Zeit zu. Dragon Ring Comics. Sind da die Nerds? Streberherausforderung. Ja, Nerds. Was ist passiert, Sir? Es ist ein Klub-Meeting. Es ist ein Klub-Meeting. Geht's. Danke. Ich könnte es ausprobieren. Uh-huh. Nein, nein, nein. Du kannst nicht die Diplomaten, um das zu machen. Natürlich kann ich das. Du hast Spaß gemacht? Was machst du hier? Du kannst nicht unsere Party joinen. Gib ihm die Chance. Lass ihn joinen, wenn er die Konzummo-Konsumo-HIGH-Score hat. Warum nicht? Ich kann immer diese Ort benutzen, um zu crash. Was ist das? Wie soll das gehen? Man muss ja auch viel bezahlen. Ich dachte, das ist umsonst. Start. Gesundes Essen, verdorbenes Essen, guck mir unbedingt vermeiden. Sumo, schubst dich rum. Sorge dafür, dass der Sumo möglich schwer wird, indem du gutes Essen und Schlechtes vermeidest. Okay. Erstmal gucken hier. Hört, hört. Da kommt Apfel an, da kommt Fisch an, da kommt ein Apfel, da kommt Fisch, da kommt Fisch, da kommt Fisch. Fisch und Reis. Zack, zack. Wow! Did you see that? Ah, geil. Wow, wenn die Kugelfische mal größer, oder was? Verdammt. Die Dinger werden immer größer hier. Große Reispfanne, kleine Reispfanne, großen Fisch, großen Apfel. Hauptsache, aber die zu mampfen. Huh, huh. Kugelfisch, Kugelfisch. Ach, du ahnst es nicht. Wie viel... Ein Pfund war... Ach so, da... Zwei Pfund gibt große Sachen. Du, 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 du. Das war natürlich grad gemein. Ich krieg's wieder drauf, kommt gleich sofort was gemeines hier rüber. Huzzah! 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 Timmy! Mein Tummies growling! Huh, huh. Oh, so fette Fisch hier. Eis. Fisch, verdorbenes Essen. Boah, Sumoringer. Ah, Kugelfisch. Ah, ich hab ja Angst irgendwo auszuweichen. Das. Aha. Kugelfisch. Fisch. Dam, dam. Ah, geil, da. Voll geil, die Schubs. 1010, ey. Oder wie lange das dauern kann hier? Also, wenn ich's beim ersten Versuch nicht schaffen, werde ich das so versuchen hier irgendwie hinzukriegen. Ach so, die schubst mich weg. Uh. Kleiner Fisch. Ah, da kommen ja Sumoringer. Da, 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 da. Kugelfisch. Kugelfisch. Ah. Kleine Ralschale. Großer Fisch. Apfel, Fisch und Ralschale. Fett. Ha, dann macht's auf jeden Fall Bock hier. Aber ich will das ganze Display nicht damit aufhalten hier. Mich hier voll zu fressen sozusagen. Aha. Ne, da will ich nicht hin. So. Nein. Game over. Gut, dann würde ich sagen. Ich wende das mal kurz hier. Und dann sehen wir uns gleich bei dem Highscore. Bis dahin, euer Flashooter-IP. Und bis gleich. Tschüss.